Was soll ich denn nur kurz sagen, wenn du die ganze Zeit die Schnauze so weit aufreißt? Äh, red doch einfach. Schosen. Ja und red doch der noch, red ja mit dem auch. Ja, das ist der auch. Hab ich denn noch, hab ich denn noch? Da. Ja, aber manchmal hab ich das, wenn ich crafte, dann bin ich ein bisschen still. Warte mal kurz, wenn man... Ist ja ne halbe Stunde. Ne, nicht wirklich. Warte mal, craften, warte mal, was wolltest du craften? Äh, wollt ihr ein paar Jetpack machen seit einer Stunde? Seit einer Stunde? Aber ich glaube bestimmt gar nicht. Achtundfünfzig Minuten. Oh. Labern. Nicht so lange? Ja, und ich mach gleich die Aufnahmen aus. Scheiße, ich muss da jetzt fertig schreiben. Richtig gut. Die Leute sehen ne halbe Stunde nur blinkendes Bild und nur Gerede. Warte mal, wo hatt ich das denn? Das hatte ich beim Singleplayer mal. Da stand ich glaube ich anderthalb Stunden, um ne Turtle und PC fertig zu programmieren. Ich dachte so scheiß drauf, dann machst du nicht... ... was ich schreibe, das ist ja das Schöne. Ich war über OBS. Ich war so kack drauf. Das machst du jetzt einfach in einer Aufnahme. Was? Programmieren. Ja. Easy. So, äh... Na ja, Folgen voll. Jetzt bin ich fertig. Select Turtle.Di gab's Turtle.Drop Turtle.A. So, und jetzt will ich im Prinzip besser, bevor er den testet, hier in die Endschleife einfach... Turtle.SelectX. Blau. Ich kann ja nach der Aufnahme nochmal gucken, wie lange ich wirklich gebraucht hab. Blau. Aber so lange war das nun auch nicht. Doch. Doch. Ja, wie gesagt. 50 Minuten. Naja. Aber wir kriegen das mit der Zeit auch nicht so wirklich mit. So. Ist halt so. Eins, zwei, drei, vier. Dann sag ich bauen. Dann gib mal fünf. So, not kann er von hier noch haben. Wieso cuttet der direkt nach dem ersten? Er ist direkt nach dem ersten raus. So, weil ich den 15 Slot gar nicht belegt hab. Dann muss ich dann als reinschreiben, dass er das erst macht, wenn er... Warte mal, oh Gott, jetzt ist die Datei so komisch geschrieben. Also, if, then, else, end. Das end ist die erste. Warte mal. Warte mal. Dann haben wir eine elf. Dann haben wir eine elf. Then, select. Das eins. Elsen. Ja, genau. Da darf kein Elsen. Schlicht. Achso, doch. Warte mal. Achso, warte mal. Hm, da. So, und das muss so... Eigentlich... Das... Normalerweise müsstest du... Müsstest du Schosa nochmal töten, ne, Flash? Nein, mach ich heute nicht. Wehe, dass wir seinen Kopf auch haben, dass wir das an uns zuhängen können. Naja, heute nicht. Oh, nö. Ich bin grad nicht am Coden, dass das... Warte mal, kann man... Nein, nein, mach nicht. Kann man else if benutzen? Ja, kannst du. Hast du grad kein Inventarplatz frei? Doch, hab ich. Äh, if turtle.getItemCountX minus... Also kleiner als 1, then turtle select x plus 1 else if turtle getItemCount15. Kann ich das so schreiben? Kannst du. Musst sowieso, wenn du mehrere Funktion machen auf das gleiche, musst du sowieso if und dann else if benutzen. Musst du eh. Bis halt das beendet ist. So, ich guck mal, ob das jetzt geht. Bitteschön, Schosa. Ähm, Bauen, ich danke dir. Bauen, Föhn. Warum? Wo ist der Fehler? Teil 21. Ja, sieh ich auch. Ne, siehst du nicht. 2-1. Ich bin eben zu viel drin, ne? Ja, weil else if kein eigenes End braucht. Braucht ja auch ne if. Ähm. Bauen. Fünf. Hey. 2-1. Gut. Ähm. Ich glaub, die ist weg. Das kannst du fliegen, ne? Ähm. Ja. Musst du nur anlegen. Ja, ich weiß. Äh, äh. F. War das nochmal mit dem anderen Modus? Ähm, ne? Ich weiß nicht, ob da der Hover-Mode geht. Ja, ich weiß, dass dir da geht. Ich weiß auch nicht, ob das nicht mehr geht. Hast du dich denn gesetzt? Oh. Oh. Ah. Ah, wieso macht er das denn nicht? Versteh ich nicht. Naja, ich würd mal sagen, das würd ich in der nächsten Folge dann irgendwie lösen. Wenn überhaupt. Ich würd sagen, ich verabschiede mich dann mal von euch. Ja. Alles klar. Ja. Und, ähm. Save mal eben das von mir, unter Dokumente. Ja, ich bin halt einfach eins, zwei, drei, tschüss. Also. Jetzt. So. Und tschüss. Und, ähm, dann würd ich mal sagen. Mhm. Ja. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. 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 Aufnahme. Ach, du bist ja immer noch da. Ja, ich bin natürlich noch da. Ja. So, eine Stunde Aufnahme. Geil, hab ich erstmal vier Parts, wenn das alles glack gegangen ist, wovon ich nicht ausgehe. Nein. Stimmt. Du wirst vergläuchts sehen. Ich hab' euch jetzt in der Nacht. Ich hab' ja jetzt in der Nacht. Gleich so. Neeeeeein. Alles kaputt. Alles. Alles kommt gut. Fünf, fünf Gigawatt. Alles b00t. Alles b00t. Alles b00t. Alles b00t. Wiert euch mal. Ja. Ne. Und was machst du hier, Flash? was ich bin unten ein glow stone am glow stone machen ein glow stein und hab ich den hier otze dran naja das würdest du ja machen aber ja was hab ich das sind dran hat immer hier nach wo soll das rein sehr schön es hat fertig hat fertig geklappt vor allem läuft das sind vor dem freitschein nicht rein ne warum ich bin dann weg tschüss tschau 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 dann ist das blau das ist blau den bräuch ich nicht den bräuch ich nicht und da soll den ausgeben nur strom da kommt nix da ist orange da ist orange da 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 fertig das ist immer nervig wenn die weg sind dann obwohl das ist auch falsch wenn der nämlich nichts braucht kriegst du das hier einfach rein fertig so 14 stück habe ich noch die kriege ich jetzt hier unten habe ich gar nichts nix da wieder strom hier drüben ne das ist was anderes also nicht wie so ein kumas davon auslastung hat meinte ich ja eben schon wie wolltest du meinen strom machen ach ich hatte wieder seine drei kucköfen oder fast drei ach so der hat eine normale auslastung und zwar was braucht er denn 2 und 62 das reicht noch ich weiß nicht wo er die braucht und wo verbraucht keine ahnung äh 14 stück die sollen hoffentlich reichen äh wie ist denn der hebel hier der noch weiter runterführt äh und da wo der eine ofen ist wo das meinte wie steht äh da ist ne clock dran wenn du die machst dann geht ne clock an und dann musst du die redstone fackel ändern steht mal dass du da unten bist ganz prompt oder wenn hier ja wenn du den umdreht dann und hier ne fackel ändern hier siehst du ach so deswegen sind hier fackeln dran aha ach so auch gut ich bin jetzt ein bisschen neugierig grad ähm so jetzt müsste rein theoretisch läuft der da fängt er an trotz der denn auch hier schon was rein rücken in den casing ach ein stack hier drin ja ja für die waben sind das ne ja was macht er nach hinten nach hinten macht er noch die balls wenn er was hat vor vor allem immer noch naja dann läuft da sowieso alles hier ja ja ist klar so die dinge war noch viel öl hier oder nicht ja dafür sind die tanks aber die sind voll unten ist der tank mit öl voll der benzintank wäre es ja voll mit 5,6 million wo hast du die ganze zeit rausgepumpt hef da musst du noch ne etage hochgehen warte hier hier ist der öl tank wo kommt das her äh warte mal von der valapampa äh kommen wir gleich mal hinterher warte tp z f achso hier ist nicht nur eine ölquelle jo hier sind dahinten wenn du da weiter gehst sind noch paar mehr und die hast du auch schon alle angezapft oder was nein die ist immer noch am machen hier okay zwei zwei sternen schnuppen gleichzeitig ja war bisschen laut aber die ölquelle die ist noch nicht verbraucht dies geht noch ach wo ist die denn eigentlich die ist hier oben irgendwo noch ach hier hinten ist jetzt hier die war bei mir das jetzt noch nicht gerendet hier ja quatsch ist ja nicht nur eine wenn du da noch weiter gehst sind da noch mehrere achso das ist gar nicht weit weg von dir ne ne aber ich weiß nicht wo das ist das ist warte mal mein home home warte mal home da genau hä ist der torm hier echt halb abgeschnitten weil ist das ein naja also welch ja der ist halt abgeschnitten weil der chunk nicht geladen ne achso ja der chunk hat dann nicht richtig geladen aber die stehen ja noch die türme auch geil hehehe da ist aber halber turm der hier steht ja da steht irgendwo nochmal hmm nein was macht der lizard ball hier da ist noch die pyramide hier sind die ganzen meteoroiden eingeklatscht vor allem hier sind überall diese funken die durch die gegend fliegen ja ja sind das wollen wir nicht vielleicht durch die Bilder ne dass sie so ringsrum verteilt sind und in den Luft schweben so unten war ich jetzt ja stehen geliebt irgendwo irgendwo ich dich von abgelenkt hab jetzt ne musst du sowieso erst fertig machen ich will gucken dass er das wieder hochpumpt mhm oder haupt in den tank da reinpumpt warte mal muss ich dich oh blümchen oh mein Gott jetzt ah jetzt will sich der tank auch hey was vergessen umzustellen ja muss andersrum und so hey ich mach wieder nix produktives wie immer doch nix neue außer fast ne stunde in japan diesen advanced jetpack zu craften dass ich muss ich muss erstmal die ganzen sachen suchen also dafür so deswegen hat es zu lange gedauert items in inventory warte mal direkt ins system rein das ist jetzt die frage sonst musst du wenn du hier was machst was ich glaube ich eher nicht hoffe pumpt er das ins system rein oder ja dat ist die systemspur quietsch wenn wir auch genug flüssigkeit holen bei mir was denn bei mir kann ich auch genug flüssigkeit holen ich weiß ja nicht warum du jetzt hier reingeschmissen hast so so genau habe ich das nicht doch lu lu mi war das lumi genau ich weiß warum ich weiß warum ein scheiß rezept hier ach steel silver du kannst sie mit dem enderzeug porten mit der enderflüssigkeit ja ok ich habe gerade mal ausprobieren auch nicht schlecht kann sie auch mit dem sword porten so ich will mal ausprobieren so ja und das kommt jetzt ins system rein als klar passt ok passt deine ähm machen wir was wir hier hin zack 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 wumpt er das zeug denn immerhin ups schwatt da passt da passt dann läuft das nämlich auch ja ist ja gut das 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 so hier kommt oi oi kann man sich auch ein von einer einen zahl anflüssigkeit porten geht das weiß ich nicht muss man es probieren das geht nicht das war mir nicht eigentlich zuerst mal die idee dann hätte ich das bei dir irgendwo in der nähe platziert und dann hätte man sich immer forten können so schneller aber rein in den landesführer ne will er aber nicht ne oi wie viele stunden haben wir jetzt noch eine stunde mindestens schon aufgenommen ne stunde haben wir schon ja man merkt es wieso packst du schon wiederum bei dir ja so leicht ich pack das schon wiederum ich weiß es auch nicht wenn es bei mir habe es schon ganz Eben zum kulten wir haben